Mein Name ist Hendrik Möben, ich bin Hochzeitsfotograf aus Oldenburg. Hochzeitsfotos sind die perfekte Erinnerung an euren ganz besonderen Tag. Echte Emotionen, natürliche und authentische Porträts, jedes Lächeln und jede Träne, alles festgehalten. Hochzeitsfotografie ist für mich viel mehr als Kamera an, Klick, Fertig, Bild im Kasten. Für mich ist jeder Hochzeitstag etwas ganz Besonderes, denn jedes Paar inspiriert mich auf ihre eigene Art und Weise. Für mich ist jedes Paar einzigartig. Für mich bedeutet Hochzeitsfotografie in erster Linie Vertrauen. Die Verbindung zwischen euch als Paar und mir als Fotografen ist enorm wichtig, deswegen ist für mich Sympathie beispielsweise auch das Allerwichtigste. Ihr sollt euch vor der Kamera wohlfühlen und gemeinsam eine gute Zeit haben. Ich möchte natürliche und authentische Fotos von euch machen. Ihr sollt Spaß haben, lachen, euch küssen, umarmen, liebhaben, einfach all euren Emotionen freien Lauf lassen. Und mein Job ist es dann, diese Momente festzuhalten. Einzigartige Momente, die euch genau so zeigen, wie ihr seid. Ich bin dankbar für jedes Hochzeitspaar, das ich auf ihrem Weg begleiten darf. Mein Name ist Hendrik Möben und ich bin euer Hochzeitsfotograf. große Möben und ich bin ein Teil des Falcos und seine Menschen. Ja, ich bin Bereits Sprüren, ich bin nationalist. cz 모�uer als Untertitelung des ZDF, 2020